Werkzeugschleiferei Arthur Völpel GmbH in Burgau. Ihr zuverlässiger Partner im Bereich Werkzeugschärfen. Seit 1987 als Partner des Handwerks und der Industrie schärfen wir Werkzeuge der Holz-, Kunststoff-, Aluminium- und Metallverarbeitung. Die Werkzeuge werden individuell auf Hightech-Schleifzentren durch unser qualifiziertes Mitarbeiterteam beschliffen. Hartmetall bestückte Sägeblätter sowie Profilfräser bekommen auf CNC-5-Achsschleifzentren durch Diamantschleifscheiben und speziellem Schleiföl einen qualitativen Schliff. HSS- und Vollhartmetallwerkzeuge wie Kühlkanalbohrer, Schaft- und Walzenstirnfräser sowie sämtliche vorhandenen Bohrer-Sonderanschliffe werden bei der Arthur Völpel GmbH nachgeschärft. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die flexible und zeitnahe Herstellung von Sonderwerkzeugen. Werkzeugschleiferei Arthur Völpel GmbH – Ihr Partner für scharfes Werkzeug.